Und wieder zurück bei den Sims, mit dabei heute Kapuze und die kranke Lea, die nur flüstern darf, hallo. Hallo. Hallo, die Lea darfst du flüstern, deswegen darf ich da bitte zu laut sein. Lea, wie krank bist du? Sehr krank. Was hast du? Erzähl mal ein bisschen. Ich habe keine Stimme mehr. Bier mal zu reden, Lea, wie als hättest du Stimme, sag mal. Das hört sich nicht schön an. Das wird auf die Lea gestern noch nicht reden laufen. Die Lea war schlimm, deswegen haben wir gesagt, Lea, halt small. Nein, das trauen wir uns ja gar nicht. Wenn ihr ein Mädchen ist. Das ist ein Mädchen, die lief noch nicht. Was ist denn heute der Plan? Hat die Lea eine neue Freunde gefunden? So ist es. Keine Ahnung. Die Leute, die hat ja einen Wunsch gehabt. Die dicke Dame, die... Ja, das ist halt die fette Freundin. Ah, die fette Freundin. Das ist also die berühmte fette Freundin. Siehst du, da neben die... Da neben sieht Laura direkt aus wie... Seht ihr den Unterschied? Wie eine Elfe. Ach stimmt, sie sollten wir behalten. Die sollten wir behalten. Achso stimmt, die ist... wenn wir weg können wir die zeigen, die ist gut zum herzeigen. So, schaut mal, wir sind gar nicht so fett. Schaut es mal die an. Ja. Die sind so ein Vorführfreund. Genau deswegen. Wir sind ja voll böse, wenn wir das machen. Quatsch. Ja, das ist schon nicht, das ist schon nicht, das ist schon nicht. Das ist schon nicht so lieb. Also, Malt ist das schon nicht so sehr. Mal kurz sagen die Berufe an. Malt ist bereits unbefördert werden. Mh. Okay, also das kleine ist ja, dass wir alle fitter werden, dass wir alle mehr Geld haben. Wenn wir uns mal die schönen Sachen kaufen können. Ich mein, bald kommen ja die Pools nach Sims. So wird jetzt endlich angekündigt, dass die Pools ein kostenloses Upgrade sind. Das erste kostenloses Update von ihr seitdem immer. Ja, und Geister. Die sind schon drin. Und Geister. Geister sind schon drin. Doch, doch. Ich hab gelesen. Oh, ich hab gelesen. Das Geister auch. Ich hab's gelesen, gestern. Ne, 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 die wurden gestern reingepatcht. Das ist die Pools. Okay, ey, ich stand in der, glaub ich, von Playmassive, der Nachricht, äh, das Geister und Pools. Also, vielleicht sind die dann schon drin, aber da stand dazu. Also, so wie es gelesen hat, ist auf jeden Fall jetzt die Geister schon drin, die Pools kommen nächsten Monat. Ja, 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 aber vielleicht sind die schon drin und die haben halt einfach das zusammengelegen. Das ist richtig. Und die sind einfach, du weißt es nicht mehr, oder? Mhm, also so meins. Kann ja sein. Das, das die dann gesagt haben, okay, wie, äh, ein Update in die, äh, mehrere Updates in großen Tagen. Halt einmal. Ähm. Ja, aber was machen Geister? Wie, was bringen die? Wieso? Wenn jemand stirbt, kann er wiederbelebt werden und dann, der von mir gestorben ist. Also, verbrennt er, wird er im Feuergeist. Dann setzt andauert irgendwelche Sachen am Brand. Wenn er im Elektroschock stirbt, wird er im Feuergeist. Äh, Elektrogeist macht er Sachen kaputt. Wenn er ertrinkt, wird er Wassergeist, überall Pfützen. Ey. Die kannst du sogar steuern. Die kannst du sogar quasi heiraten, dass sie in die Familie wieder kommen. Dann kannst du sie mitnehmen und steuern. Aber werden die wieder lebendig? Kannst du auch machen, auf eine sehr schwere Weise. Wie? Äh, das weiß ich nicht, aber es sollte mal funktionieren. Das ist ja krass. Mhm. Ähm. Ja, cool. Na, freut mich. Ähm. Was? Wir brauchen... Es fehlt... Es fehlt ein Teppich im Zimmer. Das ist ganz klar. Ja, hier fehlt alles. Die Zimmer sind allgemein mal verkleid... Also in einem großen Bombandel, weil ich hab dich in euren Zimmer. Ja, richtig. Ja, eigentlich stimmt das. Wir können das Zimmer wirklich... Das machen wir in so ein Kunstmusikzimmer. Komm. Das ist ein Kunstzimmer. Komm. Das hier? Wo war das hier? Ne, das... Wurde gesagt, das legen wir zusammen, oder so. Wo soll denn die... Wo soll denn ich denn Heu hier schlafen? Ne, du hast ja... Du hast grad gesagt, äh... Das, äh, oder? Ja, das Zimmer packen wir zusammen, damit wir ein großes Zimmer draußen machen. Ach so. Wir brauchen gar nicht so ein großes Zimmer. Ne, und ich würd... Aber ich würd... Ich weiß nicht, um... Ja. Wir haben ja auch... Wo sind die Räume alle gleich groß? Nein, die waren von vorderein schon größer als der. Aber Frauen brauchen halt... Wobei die Räume waren gleich groß, ja. Na, weil das Ding ist, in den Raum... Im Prinzip machen wir in diesen Räumen eh nicht viel. Also das einzige, was wir in diesen Räumen machen, wo... Also Leas, äh, Zimmer und Lauras Zimmer, wo wir auch pennen, ist wirklich nur pennen. Ja, nein. Also der Fokus... Ja, ja. Ein Wohnzimmer, da wo die PCs stehen liegen und dann ein Wohnzimmer rechts unten. Also der... Und der Fitnessraum und Bad. Das ist ja eigentlich so der Fokus. Die... Die Zimmer werden ja kaum genutzt. Ehrlich, da werden nur zum Schlafen. Und dann würde ich machen, ein Zimmer, so ein Kunstzimmer. So ein Musikzimmer mit einer Staffelei. Finde ich schöner. Was wir machen könnten, wäre den Raum hier nach hier zu verschieben. Also das Bad nur ein Bad zu machen. Und dann die Wand weg machen und daraus einer... Quasi das kurze Musikzimmer zu machen. Oder mach so, oder mach sowas. Also ich... Wenn man ja auch den Durchgang hier mal raus möchte, geht man kurz zum Musikzimmer, nicht durchs zweite Klo. Genau, ich finde sowas geil, wenn halt... Wenn ich mal... Sollte ich mal reich sein, dann will ich ein Zimmer, wo viele Bücherregale sind, äh... Wo auch viele Bilder hängen. Alles in so einem alten Tisch, in einem alten Stuhl. Alles auf so alt. Und, äh... So ein altes Ding möchte ich haben. Das finde ich sehr geil. So eine Zeitreise, wenn du in das Zimmer geht. Natürlich, so war's. Auftakt für Veranstaltungen. Du bist der Intro-Act. Ja klar, ich bin jetzt so... Nein, aber sowas würde ich machen, wenn ich mal reich wäre. Dann würde ich so ein Zimmer, so eine Zeitreise, wo... Auch so eine Skulptur ruhig in dem Zimmer steht oder so. Ja, wir haben hier direkt das erste Gerät dann für das. Unser Musikzimmer. Boah, ja das ist perfekt. Das ist, das kann man schon irgendwie... Du hast heute einfach ein neues Deo-Anlage besorgt. Aber die... Achso, das ist die Fette, die bin ich ja auch bei mir. Ja, die hast du uns besorgt gerade, weil du Förderwollst. Ja klar, hab ich mitgelassen. Da hat wieder die Fette, ist der Anlage... So, wir können aber... Die eine, die andere können wir auch noch irgendwo hinstellen, oder? Können wir ja oben... Abgehörbar können wir ja unten in das Zimmer... Weil das kommt ja hier dann raus, dann können wir es ja hier reinpacken. Oder könnt ihr hier... Ach Quatsch, wir sind ja hier beim Sport, da brauchen wir auch Musik. Komm mal da hin. Ja, richtig. Genau, da ist es super, perfekt. Jo, da passt das auch. Und das können wir auch hier dann fürs Raum... Mal das Zimmer, können wir hier umbauen, würde ich vielleicht die Wand hier noch ein bisschen verschieben. Hier ein großes, vernünftiges Bad, da haben wir zwei vernünftige Bäder, das würde eigentlich passen. Das hier weg. Wollen wir nicht ein Bad nehmen? Nein, wir sind sechs Leute, da brauchen wir zwei Bäder, definitiv. Ah, so ist es. Na, wenn der Maru das sagt, ja. Du bist schon bei vier Personen, schon knapp mit einem Bad. Kann ich eben nur eine Person gleichzeitig drin sein. Eben, deswegen brauchen wir zwei Bäder. Okay, Kapuze möchte tanzen. Gut, ihr umweltschädlichen Leute, ihr. Ihr Umweltschweine. Wieso Umweltschweine? Weil so viel Wasser und Bäder und noch mehr und noch mehr fliehen. Im Prinzip ist ja auch voll krass. Also jeder will ein... Okay, das geht jetzt ins Wirtschaftliche. Ob wir dann Zeit haben oder nicht. Es ist interessant. Also ich sage, das ist interessant, was ich zu sagen habe. Wenn du es mir gestattest oder du sagst, ne, wir wollen doch hier zwei. Ne, macho. Also das Ding ist, was ich mir denke, ist, weil wir zwei Bäder haben will. Und jeder will, ich will das und ich will das und ich will auch... Und im Prinzip, jeder von uns will eine eigene Wohnung haben. Das ist ja so, das könnte zum Erwachsen werden. Also so, okay, jetzt wohnst du noch bei den Eltern und dann hast du mal eine eigene Wohnung. Das ist ja so der Next Step. Und muss ich auf der Zunge zeigen lassen, dass pro Sekunde kommen, glaube ich, drei Menschen auf die Welt und einer stirbt. Oder? Ungefähr so, ja. Ja. Genau. Und jetzt musst du... Das ist jetzt. Und jetzt gehen wir in 20 Jahren. Da ist es mehr. Das ist dreieinhalb oder vier. Und das Ding ist, jeder von diesen Menschen will eine eigene Wohnung haben. Zeitgleich, wo ich auch eine eigene Wohnung haben möchte. Weißt du, jeder. Jeder möchte eine eigene Wohnung haben. Und jetzt stell dir mal vor, wie krass in 50 Jahren wir die Erde noch zubauen. Mit allem, was geht. Ja, das ist auch die große Angst, die alle Leute zusammen haben. Verrückt, oder? Ja, das ist... Die Bevölkerung... Wir sind jetzt schon eigentlich auf der Erde überbevölkert mit sieben Milliarden. Ja, das sind wir. Ja, klar. Aber man kann... Es gibt halt auch immer dann die Theorie, ja, aber Afrika hat ja viel ungenutzte Fläche und so. Ja, natürlich. Aber da tut sich halt nix, ne? Und überall, wo sich nix tut, wird dann halt trotzdem ein Großteil in andere Länder umgesiedelt, weil dort einfach nix weitergeht. Nur ganz kurz. Das ist... Oder? Das in diesen Bereichen finde ich gerade sehr interessant. Neuerstelle einen Sim-Talip. Man muss im Spiel erst noch Sachen freispielen, die man erst eine Stelle hinzündern an die Leute kleben kann. Wo ist denn ein Sim-Talip? Ne, dass man Sachen herstellen kann, also dass man Leute verändern kann, dass das Aussehen und alles. Ok. Ich hab' ich gerade neue Teile freigespielt. Ja, ich weiß, was du meinst. Cool. Schau mal nachgucken. Schau mal nachgucken, ja. Was du meinst... Schau mal nach. Es... Nächstes Bereich? Hä? Mir ist egal. Kannst du einfach im Spiegel machen. Hm... Im Spiegel? Ja. Im Spiegel, ja. Stimmt. Ja, und... Ist viel unbenutzer Fläche und ich glaub' viele Leute müssen das einfach sagen, weil keiner von uns hat jetzt die Macht unter sich zu sagen, ich will in meinem Land was ändern. Das... Wir sind ja nicht in der Position. Und deswegen, dann wirst du eher, ja gut, dann zieh ich dorthin, als dass du eher sagst, ich ende jetzt was. Das ist doch der Grundgedanke. Das ist einfach woanders. Warum soll ich hier alles ein? Es dauert ja viel zu lang. Ich will jetzt meine Veränderung. Du kannst hier so eine höhere Wichtmaske, oder? Oder sowas geben. Was haben denn neu? Steht doch das. Steht das so an. Das steht da, ne, ne? Warte, oh, er hält deine Objekte da, schau. Ah, hier so ein Huthammer, so ein... Ein Verbrecherhut haben wir bekommen. Gängsterhut. Zeig mal. Oha, die Lord Wenner-Maske! Ja, die ist reingekommen, das sind Halloween-Outfits, die wir bekommen haben für das erste Update mit den Geistern. Ich seh schon. Hier ist schon einen bösen Hut. Ja, ja, Heuchikil zum bösen. Ja. Oder so einen. Ah, nur böse. Mit Nadelstreifen? Ne, ich find' die Nadelstreifen. Was? Ich find' dunkel ist besser. Also so... Ja, so ein schwarzer Hut für Heuchikil. Ja, find' ich besser, ja. Finde ich gut. So, zum Ausgehen... Oha, Heuchikil, der Verbrecher. Hat auch Kleidung? Ist auch eine andere Kleidung? Ne, oder? Also, Körper? Wahrscheinlich. Schau mal. Ach, das ist was? Heuchikil ist böse. Wir müssen den langsam anpassen. Make-up auch nicht mehr. Was? Äh... Klappotten? Dann haben wir hier... Also Kleidung? Nichts. Bei Kombinationen haben wir ja ein neues Biss. Das ist ja gleich von Laura. Uuuuh. 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 Horsi. 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 Ouuh. Horsi. 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 Sich dann. Horsi. Surer. Horsi. Horsi. In der Horsi. crowd Horsi. Horsi. In der Sand. Es gef Android. G甦. Wgo금. 防ff. Unser Kuh. Wo hat man das? Ich glaube hier, so eins. Unser Kuh kommt, ein Horchis ist ein feiner Bösewicht. Man muss es ihm ansehen. Eine Krawatte, Krawatte. Ja, sowas, da unten, links unten. Das da. Ne, nicht das. Aber schwarz, schwarz Horchis, schwarz. Nein, das ist so Business. Ah ja, das ist schon besser, aber eine Hose gib mir noch. Ach Quatsch, ich brauche keine Hose. Was? Was ist? Horchis ist ein... Aber es ist ein Hübscherhut. Na wohl, ne. Elegante. Horchis ist ein Elegante. Ja, sowas, sowas. Oh, andere Schuhe, ja. Ja. Aber der Hut macht ihn schon auf jeden Fall sehr böse. Na ne, ist nicht. Ja, das... Obwohl, naja, es geht schon. Nur um Före. Okay, so. Nein, 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 nein. Nein, das ist ein Bergsteiger, die Schuhe. Ich würde... Ich würde die unter... Also ich... Schwarz. Darf ich nicht? No. Ja, gibt keine schwarzen, oder? Ja, oder die? So Stiefeln? Ja, das ist, glaube ich, so Horchis-Stil. Der Mafiose-Horchi. Ich würde sagen, das kann man so nehmen, oder? Ja, Horchi ist auf jeden Fall böser. Also das finde ich in Ordnung. Möchtest du jetzt noch dein Dach-Wederauszug-Equipment anziehen? Zum Schlafen? Ich... Zum Schlafen? Ja. Na wohl, ne, dann... Darf ich... Darf ich... Im Schlafen... Nein, ich bin ja ständig im Schlafanzug. Vielleicht nicht mehr so rum. Nein. Lass mich nackt. H ... Okay. Weil ich bin ja wirklich ständig im Schlaf-Outfit. Wтора, jetzt hast du schon ziemlich viele Muskeln, ne? Natürlich habe ich viele Muskeln. Ich habe auch trainiert. Uh. Gürtet der Lea auch was bieten? Ah, du hast das ja freigeschalten, das Outfit. Oh... Oh! Dö nee dö nee. Vielleicht das ist dein Party-Outfit. Bist du aus Kapuzen-Jones vielleicht Kapuzen... Aaaaah Kapuzen-Jones! Ja, ich warte mal. Komm, ich krieg mein tolles Outfit! Ja, und nen Hut, genau. Das ist mein Party-Outfit. Willst du den Hut behalten? Als Party-Outfit schon. Passt doch, das ist dein Party-Outfit. Du hast ja frei erfolgt. Ja genau, das hat mir auch verdient. Das ist schon schön. Das nehm ich. Dann haben wir Horch ein bisschen geupgradet. Und den Kapuze... Wir haben noch nie ne Party gefeiert. Was würdest du gegen diese Überbevölkerung tun, Horch? Maru? Gegen die Überbevölkerung? Ja. Würdest du in dieser Person eine 2-Kind-Politik einführen? Das funktioniert nicht. Warum? Weil die Leute sich a nicht dran halten, und b, dass die Leute laufen, dass viele Kinder, die ein wunderbar schönes Leben haben, könnten getötet werden, nur damit das... Ja, aber abgetrieben ist ja in Ordnung. Das ist ja voll böse. Warum ist das böse? Abtreibung ist ja in Ordnung, oder? Also ich finde Abtreibung nicht schnell. Also Abtreibung ab gewissen Monat. Ich meine, danach ist es eh nicht mehr erlaubt. Aber das ist ja in Ordnung, oder? Ich find's schlimm. Also das Ding ist ja... Ein-ein-tein-Kind-Politik heißt ja sowieso, dass du nur ein, zwei Kinder kriegen kann... äh, darfst. Die meisten Leute, die zufällig eins bekommen, die behalten sie. Aber, äh, es ist doch... für jede Entscheidung, das ist ab. Und ich find das vollkommen in Ordnung. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass du in diesem Moment, wo du nur ein Kind-Politik einführst, musst du auch an der anderen Seite Leute dazu zwingen, Kinder zu haben. Weil sonst sich halt... Ja, aber das ist... Ja, aber deswegen... Ja, vielleicht sollte man... Ja, keine Ahnung. Kind-Idee an sich find ich das nicht schlecht. Äh, und so allem, man muss sich jetzt doch keine Gedanken drüber machen. Man muss Kinder produzieren. Also ganz, also ganz ehrlich, die Welt würde nicht untergehen, wenn man eine Generation überspringt. Die Welt würde nicht untergehen, aber... Gewisse Länder. Deutschland würde ein riesengroßes Problem dadurch bekommen. Deutschland? Warum? Weil hier die Bevölkerung schwingt, äh, schwankt, also wird sich reduziert auf Dauer. Ja, aber... Es ist ja nicht... Schau... Naja, warum? Es ist ja nicht verboten, keine Kinder zu kriegen. Nee, aber es würde bedeuten, dass quasi, äh... trotzdem zu wenig Kinder da sind in manchen Ländern. Jetzt müsste Deutschland gerade vor allem, äh... Das kann man so schwer sagen, aber... intellektuelle Paare dazu zwingen. Zum Beispiel. Okay. Äh, ich weiß nicht. Man kann die Frist ja wieder aufhängen. Man kann ja sagen, Leute, zehn Jahre... Zackabum. Äh, ich finde das nicht schlecht. Und ich glaube, das ist auch der einzige Mittel, äh... das einzige Mittel, um dagegen anzukämpfen, das Humanz dennoch. Also man muss irgendwo einen Abstrich machen. Und ich glaube, wenn man da und macht, dann ist das kein Fehler. Hm, muss man halt... immer unterscheiden, in welchen Ländern so mal so. Ja, ja, richtig. Man kann ja das auf Länder übergreifen. Das hat man auch sehr krass gesehen. Zum Beispiel, wenn du's mal so anguckst. Wenn du so'n Kreis oben China und Indien ziehst, da sind in dem Kreis mehr Menschen... Ah, ich kann abwaschen. Da sind in dem Kreis mehr Menschen als außerhalb. Das ist so'n kleiner Kreis von der ganzen Erde. Natürlich, ich kann von der Hand abwaschen, wie schön. Aber ich mach's auch dabei kaputt. Wahnsinn. Wenn die göttliche Hand abwascht, dann... Ich mach ja schon sauber. Mein Gott. Alex ist ein glückiges Essen. Nur Horchen nicht, der schläft. Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Oh, Musch Pepso! Kleiner Verbrecherkönig ist der Horchie. Ja, der Horchie ist ja auch schon in die Arme. Natürlich ist er ein Verbrecherkönig. Hm. Ich will da arbeiten? Nein, es ist Sonntag. Wann dann Horchie auch gestanden ist, wollen wir da mal umbauen? Das ist Kunst und Musikzimmer. Warte mal. Verputze, du musst aufs Klo. Ja, lass mich mal Lulu machen. Das sind wir alle schön pappsatt und glücklich. Kannst du erst mal zu kaputt zur neuer Musikanlage? Ja, ich will den guten Jam hören. Laura möchte einen Witz erzählen. Da buste. Wisst ihr, wie in Österreich, das kann ich immer in eine neue Folge gehen, in Österreich Pipi helft. Keine Ahnung. Also wie zu Kindern. Lulu? Ja, Lulu. Ja, warum meinst du das? Du weißt das bei uns auch gut. Du weißt das bei uns auch? Das ist bei ja auch Lulu machen. Die Pipi und Lulu machen, ja. Lulu. Ja, voll gut. Ah, Lea muss ja malen. Lea, was willst du heute malen? Klassisch. 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 Malte, renn dich weg. Dann muss ich lauere reden. Komm, wir tratschen jetzt über die anderen. Was malst du da, Lea? Etwas wunderschön. Bestimmt. No Quimbo. Klassisch. 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 Lass mich tanzen, Mau. Du willst irgendwas perfektes herstellen? Aber ich weiß nicht, ich bin was. Ah, auch eine Mahlzeit zählt. Ein Gemälde, eine Mahlzeit. Oh, Mau. Die Lea schwingt sich hinterher. Das macht nicht so an, wenn sie zeichnet. Soll ich das nicht ranzukommen? Das ist schön süß. Lea wird sogar schön arbeiten. Oh nein. Oh, Maru. Look what it is. Das ist alles meins, Mau. Oh. Oh Gott, Horki. Was macht Horki? Sterben. Wüggelt Hork schon wieder Leute? Nein, er ist kurz vor tot. Er ist kurz vor tot? Er würde dann quasi am Blasenüberfluss sterben. Er würde ein Urin-Geist werden. Das gibt... Das gibt Blödsinn. Keine Ahnung, nein. Fisch hat leer gemalt. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es es gibt. Ja, voll du. Ziemlich nicht als AD-Fische. Oh Gott Lea, du musst zur Arbeit. Stinkend. Oh oh. Hol doch einen Kuss von Kapuze ab. Ja, gib mir ein Kussle, ja? Du hast schon viel vernachlässigt die letzte Zeit. Gar nicht. Du küsst mich gar nicht. Ohhhh. Hat's doch gerade. Man wird mit der Zeit uninteressanter, Maru. Ich sag's dir. Das ist kein Ding. Man wird mit der Zeit... Oh, der hab ich eh schon gehabt. Wenn du immer arbeitest... Kann ich da auch nicht verholen. Du kannst mich ja mal von der Arbeit abholen. Aber... Ja? Ja. Warum machst du das nicht leer? Ich muss den Haushalt machen. Da werden wir Horchi. So, müssen wir die einzelnen Wünsche erfüllen. Okay, Malte muss heute zur Arbeit. Nein. Malte möchte jemanden kennenlernen und mit Laura verloben. Ja, mach, komm. Lass dich verloben. Sollte vielleicht Laura dafür nicht einwesend sein. Ach so. Ja, dann verlobe uns. Wollen wir das, Lea? Müsste dafür nicht... Oh, komm mal. Wo ist er sich umgezogen? Wo ist Koppel? Ja, ich weiß nämlich schon. Ich weiß nämlich schon. Okay. Lea, ich frag dich. Das ist nicht so gut, oder? Du wirst es mit dem Anzug angezeigt dir. Ich weiß nicht. Lea, willst du meine Frau werden? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Problem ist lau... Ne, er ist gerade auf der Arbeit. Vergesst, in fünf Sekunden sag ich noch. Oh, ich hab zur Arbeit! Oh, ich hab zur Arbeit! Aha, aha! Das hab ich mal in den Filmen gehört, Lea. Ich verrate dir die Übte in der Badewanne gerade. Oh, hast du gedacht? Oh, nee, ist schon... Oh, nicht bleu... Ich... Oh, 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 oh. Oh, ich wollte ja... Das ist ein Lieblingsfilm. Willst du deine Freunde? Der Film heißt so. Das ist ein guter Film, wie es das. Oh, ich... Ey, Maru, beend dich, Mann! Bring sie nach Hause! Warum ist sie gerade da arbeiten, Maru? Warte, wie zufrieden sind sie denn mit dir in der Arbeit? Naja, also sprich. Wie zufrieden sind sie mit dir? Aber mit dem Anzug, den du hast, wirst du sehr krokett. Ja, ich bin... Aber das ist mit Ausgehauen. Warum stehe ich da rum? Oh, guck mal, wie kaputt hier. Da komm ich aber immer mit. Ich male... Ich male gerade. Aber nicht mit den Händen. Wenn ich krokett bin... Oh, es gibt ja echt einen Maler, der so malt. Gute, das. Ja. Gibt's. Dann kann man sagen, ich wurde mit einem Penis gezeichnet. Wahnsinn. Okay, ja. Und der macht das auf so Erotik-Messen, macht er das. Okay. Aber eh klar, wo sonst auch. Aber wir können doch nicht heiraten. Was? Wir können doch nicht heiraten. Warum? Blau-Raff ist nicht dabei, sie muss Trauzeugen sein. Ja. Andrea, wir heiraten nicht. Ich brauchte nur eine andere. Das geht auch nicht mit anderen. Ein Verloben muss auch ein Zeuge dabei sein. Ja. Darf ich dein Verlobungszeuge sein? Ja, ehrlich. Genauso wie... Äh, wir gehen heute alle essen. Äh, ich hab was wichtiges mitzuteilen. Ach, das ist schon so. Das machen wir doch so romantisch bei Dingen zum Essen. Nee, die Verlobung sollte romantisch untereinander sein. Das ist richtig. Find ich auch. Kannst du die Freunde einladen, dass sie dann heilig in der Seite sitzen und sich für eine von beiden Seiten freuen, wenn einer von beiden Seiten eingeweiht ist? Aber das weiß normalerweise nur eine Seite. Oh, wir müssen eine Doppel-Hochzeit machen. Warum? Das ist bestimmt voll cool. Ja, okay. Ach, warte, ich weiß davon ja noch nichts. Äh, ja. Ich bin doch auf der Arbeit. Das ist auch gemacht, ne. Ist das so? Ja. Ja. Oh, ich wüsste ja gar nicht vermisst. Wir haben nur einen Heuch- äh, Laufbahnheusen. Oh, der Hals. Ruhig bin Laura, wahrscheinlich immer besser. Mal bitte da aufpassen. Oh, oder? Eine komplette Reformvorstellung. Herr Halst, wir habeniler Luna, was Sie- Bluformenologen ankommen, 나는 Elisabeth price schmerzen. Um das unterbrochen patio- Design grupo gesów. Das ist von der Halssiegeweiter als sonst die Empowern Okay, dad comment geht's gleich? Oh, mit unserer Halsges für seine Ein findings werden. Oh, wie ich wüsste carrier nicht dreiss? Nein, was macht da mal kein Problem? Er wollte sich nämlich nicht erst mit dir reden. Ach so, natürlich. Rede mit ihm da unten, er freut sich drüber. Wann kommt ein leerer Haus von der Arbeit? Äh... Keine Ahnung, bald. Und du hast dich gefreut, dass du ein Bild verkauft hast. Damit rechne ich. Jetzt willst du ein Geschenk zubereiten. Ob ich das möchte? Nee, das möchtest du schon, steht ja da. Ach so, ja natürlich möchte ich das. Ich hätte mir auch nichts schöneres vorstellen. Hm. Soll ich mich mit dem über Kapitäne diskutieren? Das war glaube ich hier. Das war's. So, Rochi, beide Malte. So, Rochi, beide Malte. Möchte mit Malte... Was möchte Malte kennenlernen? Malte ist... Ja. Mal schocken. Rochi, rede mit Malte. Lern ihn kennen. Hochi hat ihm einen neuen Trick gelernt, der keine Leute anpupsen. Gib's mir! Das ist auch ein toller Trick der Hochi. Ja, 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 ja. Er hat die Fähigkeit von South Park. Eine Furzgranate. Das ist auch ein Toller Trick der Hochi. Das ist auch ein Toller Trick der Hochi. Der kann schon einiges. Also... Beinahe ein Künstler im Hochi vorbeigegangen. Ja, ja. Lea. Guck mal hier, die unterschiedliche Wünsche, ne? Laura möchte ein Teich der Mächte mit Malte. Malte möchte mit Laura verloben. Aber da muss ja Laura dabei sein. Es darf nur schon Laura dabei sein, aber... Ja, also das Teich der Mächte können wir ja wohl erfüllen. Ja, das schon, aber... Garboshoib. Nalfi Duba. Quib Halle. Mh... Mh... Jetzt möchte Kapuze Geige spielen. Lanoquarm. Sgorf. Flumi-Waim. So... Jetzt wollen wir einen Comedyclub eigentlich? Häh? Ist ein Comedyclub irgendwo? Im Spiel? Mh... Weil du ja möchtest Geld verdienen mit einem Comedy-Optritt. Ich mache den drauf, den gibt es noch nicht. Mh... Mh... Guck... Oh... Laura geht in Energie geladen, in das Vettorium, Teich der Mächte. Oh... Wenn Malte daran denkt, sie will sie sich verloben. Mh... Hahahaha... Torben-Nergs, Shibi-Mer-Keeves, Mola, Koshiton-Robe, Pibata-Nu. Hm, jetzt muss Kapuze wirklich mal langsam anfangen. Komm, wie war's denn? Äh... Ähm, äh, mit dem Auftritten vergesst er die, weil das ist dein nächster Traum. Ja, ach so, echt, aber ich möchte, ich möchte auch eine wichtige, eine richtige Sache mit Lea klären. Ja, das ist richtig, deswegen warten wir ja darauf, dass Lea wiederkommt von der Arbeit. Dann klären wir diese Sache, dann muss Kapuze Geld für die Flitter-Warum verdienen. Äh, du, ach, wow. Ich weiß ja noch nicht. Sie ist doch gar nicht da. Ich hab gar nicht zugehört. Ja, siehst du, wie ist sie da? Äh, ach, hallo Lea. Ja, ja, wir reden... Wir reden gerade über... Über den Film. Über den Film. Ach so, okay. Aber wenn's weiter nichts ist. Oh, schade. Oh, schade. Will jemanden eine Parodie machen? Reuchy, parodiere doch. Bin ich ja nicht. Wo bin ich hin? Schade! Scheiße! Oh, schade! Mach das alle. Oh! 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 fuk hier keine parodie ist horchi tut mir leid geht zum malte plaudern wo man malte ist schmieders wo könnte plaudern sein die krat wo ich kalt duschen die idee als zimmer ist gefährlich diese weinflasche das waren wir jetzt haben wir sport gemacht oder unser sportraum hier das war schön der sport zu machen ich habe noch immer muskelkarte das ist auch eine muskelkarte natürlich war ja sehr anstrengend wir haben uns jetzt sehr viel angestrengt ja das stimmt so würde ich sagen das war's für die folge den großen plan werden in der nächsten folge was ist denn der große plan das haus umbauen und fragen stellen ja genau das ist der plan ich bin schon so nervös ich bin so nervös machen was wird sie sagen tschüss tschüss tschüss